Bonjour, meine kleinen Macaronis zu einem neuen Part von Pokémon Alpha Saphir. Wir befinden uns immer noch in der Stadt, deren Namen ich gerade vergessen habe. Wir haben aber auch schon mit allen Leuten gequatscht. Ich glaube, in dem Haus war ich noch nicht drin. Oder war ich doch drin? Na du? Das Pokémon linken oberen Seite. Da, mit der habe ich schon gesprochen. Die habe ich ganz schön übersprungen, stimmt. Und jetzt können wir nach links, da wir ja das ganze Story-mäßige durch haben. Na du? Ich dachte, ich hätte die Fußspuren eines seltenen Pokémon abgezeichnet. Aber hinterher musste ich feststellen, dass es meine eigenen Spuren waren. Boah, Sherlock. So, wollen wir mal weitergehen? Route 102. Da fliegt ein Wingull, das ist so cool. Da fliegt ein Wingull. Richtig geil. Warte, mache ich jetzt mal eben meinen Touchpen. Für den Fall, dass ich hier mal irgendwie was antippen möchte. Oder muss, besser gesagt. Da haben wir, glaube ich, unseren ersten Kampf. Uh. Wir schleichen uns mal leise an. Hallo. Kleiner Freund. Zickzacks. Zicke, zicke. Hoi, hoi, hoi. Yay. Hydropi. Ich meine, Krissi. Level 5. Machen wir mal eine Aqua-Knarre. Es ist männlich. Hm. Muss ich mal eben schnell meine Schlauliste aufmachen, während hier die Attacken durchrauschen. Äh, Pokémon-Spitznamen Oras. Das war akzeptabel Schaden. Er hat ja mal einen Angriff gesenkt. Ich greife ihn mal mit Tackle an. Sollte ja nicht so viel Schaden machen. Haha. Wie Zickzacks so ganz genüsslich nach oben guckt. Ja, ja, ja. Ich schwänzel. Ja, das ist sehr schön. Machen wir mal die Bälle. Pokéball, Flieg und Sieg. Bats. Zickzacks, du wirst mein sein. Yeah. Klasse. Zickzacks wurde gefangen. Wuhu. Krissi hält 40 Erfahrungspopel. Sehr schön. Ich glaube, ich sollte mal meine anderen Teamkollegen leveln. Zickzacks. Der Kleindachs. Das Haar auf Zickzacks Rücken ist struppig. Es reibt seine Rückenborsten an Bäumen, um sein Revier zu markieren. Dieses Pokémon stellt sich im Kampf schon einmal tot, um seine Feinde reinzulegen. Da steht Tod. Tod in einem Pokémon-Spiel. Tod und Verderben. Okay. Möchtest du? Ja, ich möchte Zickzacks einen Namen geben. Glaube ich. Guck mal eben kurz. Welchen Namen kann ich denn dafür erübrigen? Ich glaube, ich nehme den Namen so als kleine... Warte mal. Marvin. M. Punkt. Zickzacks heißt jetzt Marvin. Marvin M. So, jetzt haben wir beide Pokémon, die man hier auf der Route kriegen kann. Okay. Ich tippe jetzt zum dritten Mal da drauf. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir jetzt unser nicht benanntes Tarniel und lassen es mal kämpfen. Es wird Zeit. Es wird Zeit, Tarniel kämpfen zu lassen. Der Pokémon dabei hat, gilt offiziell als Trainer. Deshalb musst du jetzt gegen mich kämpfen. Ich fordere nämlich... Ich fordere dich nämlich heraus. Es ist Zeit für ein Duell. Solsturm. Pimpf. T-Naga. Ansgar. Ans, Ansgar. Hihihi. Da muss ich an Arbeitskollegen denken. Ansgar setzt ein. Zickzacks ein. Und ich mein Tarniel. Eins der vier Beine von Meta groß. So. Eisenschädel. Der sollte wehtun. Bats und Junge, Junge, Junge. Das ist schön. So gefällt mir das. Dieses lebende Bein wird uns sehr viel Freude bereiten. Was war nochmal? Zurückhaltung. Ich mach einfach mal Zurückhaltung. Ach ja, das lässt ja ein... Das lässt ein KP. Genau, stimmt. Jetzt fällt es mir ein, wo ich... Ja. Okay. Hast du nicht gesehen. Ganz einfach hast du nicht gesehen. Nein, ich hab schon drei Treffer kassiert. Und drei KP verloren. Hilfe. Vorbei. Zickzacks wurde besiegt. Und wie viel Erfahrungspopel? 72. Wie das überhaupt nicht für ein Level abreicht. Arrg. Ich habe verloren. Ich hätte fleißiger trainieren sollen. Arrg. Ich bin ein Piraten-T-Naga. Limmeldu. Was? Wer möchte was? Was ist eigentlich, wenn ich da so reintippe? Okay. Schleich dich an. Okay. Cool. Depp, 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 depp. Ein nur Durzel. Ein nur Durzel. Nicht so klein und knuffig. Das ist auch männlich. Ein nur Durzel. Das kriegt keinen Spitznamen, weil ich dafür keinen passenden Namen habe. Möchte ich mal behaupten. Mach mal eine Zurückhaltung, ne? Und bring es nicht um. Ach, du Heiliger. Neutraltor so. Hihi. Damit hast du nicht gerechnet, was? Aber damit auch nicht. Eisenschädel. Sehr gut. Das war ein Volltreffer? Ach, du Schabu. Wie gut, dass wir Neutraltor so haben. Und dass das Pokémon total doof ist. Sonst würde es was anderes einsetzen. Aber egal. Ich möchte mich nicht beschweren. Pokéball. Und du gehörst mir. Eins. Zwei. Dreh. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Eine Zurückhaltung. Und ich sehe gerade, ich muss doch die Attacken sortieren. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Taumeltanz. Oh nein. Oh nein. Mein Bein ist bekloppt geworden. Das ist nicht gut. Und jetzt bist du aber mein. Komm schon, du Turzel. Na, zwei, drei. Und. Es geht doch. Klasse. Lothurzel wurde gefangen. Uhu. Ein paar Punkte. Und ein Level Up für Tannil. Sehr schön. Ich freue mich. Oh, diese unglaubliche Initiative haben. Wir haben wirklich sehr schnelle Pokémon dabei. Also. Huhu. Ich bin begeistert. Lothurzel. Registriert. Die Wasserlinse. Lothurzel soll einige Zeit an Land verbracht haben, aber ins Wasser zurückgekehrt sein, weil das Blatt auf seinem Kopf zu groß und zu schwer geworden ist. Nun lässt es sich auf dem Wasser treiben. Oh. Der Vorreiter des Ich-Mache-Siester-Pokémons. Lothurzel. Einen Spitznamen geben. Ja komm, du kriegst einen Spitznamen. Ist jetzt kein Spitznamen von einem Zuschauer von mir, aber es wird jetzt Siesta heißen. Siesta. Ich hoffe, es ist richtig geschrieben. Aber nicht. Was soll's? Wen interessiert's? So, dann. Okay, jetzt haben wir einen Duizel. Jetzt muss ich mal was ganz Wichtiges tun, ne? Die Attacken sortieren. Das geht aber gar nicht. So, das kommt da. Das kommt da. Das bleibt so. Dann machen wir das auch mal hier. Das kommt nach Dauern. Sehr schön. Ja, das bleibt so. Ähm. Was soll das denn? Du hast ja nichts drauf. Marvin, warum? Ach du Heiliger. Also ich kann schon mal sagen, die beiden werden nicht lange im Team bleiben. Nee. Nein. Bestimmt nicht. Eieiei. Das ist ja... Boah, nee. Darf ich gar nicht drüber nachdenken. Hallo, du da. Hoppla. Unsere Blicke haben sich getroffen. Das heißt, dass ich mit meinem Käfer-Pokémon gegen dich antreten werde. Mhm. Dann werde ich dich und deine Käfer-Pokémon zertreten. Baldur. Der Wompeltrainer. Los, Tanil. Obwohl... Warte mal. Dann möchte ich doch einmal mit Yanima... Tanil, komm zurück. Für Yanima. Yanima. The Girl. Nicht besonders viel Schaden. Aber ich habe etwas ganz Besonderes für dich. Yeah. Feuer, Zahn. Wie es einfach nicht down geht. Iiii, es spuckt mich an. Iiii. Iiii. Jetzt ist ja die Initiative sinkt stark. Oh nein. Und jetzt sind wir langsamer als ein Würmchen. Als eine kleine Raupe, besser gesagt. Ein Raupe. Ist tot. Sehr effektiv. Wurde besiegt. Und jetzt gibt es Erfahrungspopel. Ach, du ein Pfirsich. Dann kriege ich 72. Aha, deshalb kann ich es nicht unbedingt, weil es ja... Es ist zwar ein Geschenk durch Event, aber es... Ist immer noch ein nicht mein eigenes Pokémon ist, ist immer noch ein nicht mein eigenes Pokémon und darum kriege ich es auch mehr Erfahrungspopel und darum werde ich es niemals umbenennen können. Dürfen. Ein Gehweiher. Ein Gehweiher. Das ist bestimmt männlich. Das ist bestimmt männlich. Natürlich. Hm. Ich mach mal einen Zen-Kopfstoß. Iiii, es stach auf ihn halt mich. Aua. Wobei ich mal wissen möchte, wie man so ein Stahl-Pokémon überhaupt pieken möchte. Es ist doch hart wie Stahl. Pokémon Flieg. Gehweiher. Warum kommen eigentlich nur Männ... Äh, nur Weib... Äh, nur männliche Pok... Alter. Warum kommen nur männliche Pokémon? Das ist irgendwie doof. Hm, hm, hm. Machen wir noch einmal. Komm schon. Du bist mein. Guck mal gerade auf den Namenslist, ob ich einen Namen für das Tierchen hab. Aber ich... Meine Güte. War ich, würde mal sagen, nein. Darum werde ich dich jetzt einfach platt machen. Weil ich hab keinen Bock, meine ganzen Bälle an dich zu verschwinden. Also kriegst du einen... Einen Zen-Kopfstoß und kippst dann hoffentlich um. Bevor ich umkippe. Zack. Gehweiher wurde besiegt. 57. Fast wieder ein Level ab. Das ist sehr schön. Jetzt werde ich doch tatsächlich... Ähm, ist das die Tasche? Der Beutel? Der Rucksack? Das ist er. Hm, hm, hm. Einen Trank nehmen. Bitteschön. Und das muss reichen. So, dann hauen wir den erstmal in die Pfanne. Ich fange mir jede Menge Pokémon. Jawohl. Achso, der will gar nicht kämpfen. Ich... Ich bin einfach zu klein. Ich versinke recht im hohen Gras. Hilfe. Manchmal gerät man sogar... Ein... Manchmal gerät sogar ein Grashalm in meine Nase und... Okay, er muss furzen von Kitzeln. Interessant. Sinebeeren. Meins. Du hast zwei Sinebeeren geerntet. Sehr schön. Und der Baum verschwindet. Magic. Und Magic. Okay, hier kann ich nicht ab... Äh, nichts finden. Oh nein! Ein Trainer! Bist du gerade erst Trainer geworden? Dann sind wir ja beide Anfänger. Mit dem Unterschied, dass ich schon jahrelang Erfahrung habe. Fiffchen! Und ich habe sehr gute Erfahrungen darin, ein Fiffchen zu verprügeln. Mit einem... Mit... Nicht nur mit einem, sondern mit meinem geschenkten Tarniel. Eisenschädel! Boom! Alter! Wow! Noch 21 solche Treffer und du hast gewonnen. Eisenschädel! Bats! Und Fiffchen geht down. 72 Erfahrungspuppel. Juhu! Level 7. Ich freue mich. Wow! Die Initiative, sie steigt ins Unermessliche. Huho! Schwalbini! 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 Da komm mal an, Schwalbinit. Du kriegst auch einen Sendenkopfstoß. Ich bin schneller. Das ist Level 2. Dann ist es kein Wunder, dass ich schneller bin. Und wurde besiegt. Mein Beileid. 33 Punkte. Und Hugo ist am Boden zerstört. Ich habe dich ja eigentlich angesprochen, weil ich dachte, ich könnte dich besiegen. Aber ich bin wohl nur ein Versager. Ja. Ich gebe dir einfach mal recht. Du hast nichts drauf. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass es hier umdreht. Mein Ziel? Immer gewinnen und zum besten Trainer aller Zeiten werden. Und du wirst mir dabei helfen. Du bist mein erstes Opfer. Ach, nur Göre. Ich werde dich besiegen. Zickzack. Aber nicht damit. Level 5. Los, Taniel. Ja, Level 5. Und weiblich. Sehr schön. Eisenschäde. Ding ist um die Ecke. Ja, es hat schon mehr Wumms drauf. Ach so, das war ein Volltreffer. Okay. Ich habe nichts gesagt. So sieht ein Angriff aus, Mädel. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zack. Und ein Zen-Kopfstoß. Und zickzack wurde besiegt. Yes. 90 Punkte. Du besiegst Karin. Sieht so aus, als hätte ich eine deiner... Äh, als hätte ich eher deine Karriere angekurbelt. Das hast du. Du bist eins meiner zahllosen Opfer. Opfer. So. Die hätten wir auch down. Hinten im Syndrom. Au. Was haben wir da schön? Ein Trank. Wir haben unseren Trank wieder. Sehr schön. Nichts will mich anfallen. Das ist doch... Äh. Oh. Da bist du ja. Was gibt's, Bricks? Na, Janine? Schleichst du dich auch immer schön an versteckte Pokémon an? Und benutzt fleißig dein Pokédex-Navi? Dein Pokédex-Navi reagiert auf Pokémon, die sich in der Nähe aufhalten, wenn du den Suchmodus aktivierst. Das ist wahnsinnig praktisch. Huch. Huch. Okay. Oh, hey. Schau mal da, Janine. Sag doch nicht, Janine, meinen Namen. Oh. Papinella. Ich muss dir erst den Namen überlegen. Das sieht schön aus. Was für ein schöner Anblick. Ja, da hast du recht. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Mir wurde irgendwie warm ums Herz. Aber gut. Blütenburg City liegt direkt vor unserer... Na, yeah. Ne, Fliegi? Vor deiner Nase. Janine, dein Vater. Norman Osborn. Ist dort der Arenaleiter. Stimmt's? Ich will ihn unbedingt zum Kampf herausfordern. Aber erst, wenn ich ein bisschen stärker bin. Also dann, mach's gut, alte Sogge. Tschüssi. Wo, 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 wo. Na, du kleiner Frechdachs. Wupp. Ob die... Wenn ich das nächste Mal hier eins finde... Okay, jetzt sind wir an. Du Turzel. Dann werde ich einfach drauf zurennen. Dann wird's bestimmt abhauen. Das möchte ich ja nochmal ausprobieren. Nein, mit dir möchte ich nicht kämpfen. Und ich flüchte, weil ich Schiss vor dir habe. Du bist, Alter, das Killer, du Turzel schlechthin. Bist du ein Trassler? Weil dich werde ich nicht verscheuchen. Wenn du ein Trassler bist, dann bin ich glücklich. Sei bitte... Cool. Trassler. Yeah, geil. Bist du männlich oder weiblich? Zeige dich. Enthülle dich. Es ist männlich. Hm. Zurückhaltung. Ich werde jetzt einfach fangen. Bats. Vor aufs Maul. Och, nein. Komm schon. Däh. Ganz geil. Das ist eigentlich gar nicht geil. Das ist voll scheiße. Wird mal gar nicht. Mist. Aussetzer ist fehlgeschlagen. Machen wir den hier. Und während die Attacken durchrauschen, muss ich mal eben hier den vergebenen Namen Marvin M. löschen. Von meiner Lüchte. So. Machen wir nochmal die Eisenabwehr. Meine Verteidigung nimmt immer mehr zu. Und jetzt ist sie auf Maximum. Mann. Ich möchte es noch einmal angreifen. Oh, nein. Sie kann nicht mehr gesteigert werden. Oh, nein. Ja. Mach nochmal Eisenabwehr. Yes. Jetzt ist meine Attacke nicht mehr ausgesetzt. Sehr schön. Das gleiche ist Problem. Muss auf eins runter prügeln. Ah, nimm das. Und weiches kann noch einmal. Nimm das. Zurückhaltung. Jetzt habe ich gespuckt. Es ist fehlgeschlagen. So wie bei Paper Mario. Wenn man was Falsches kocht, dann hat man auch einen Fehlschlag. Und ein Pokéball. Hoffentlich bleibst du drin. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Yes. Klasse. Trassler wurde gefangen. Wuhu. Trassler. Gefühl. Oh, Gefühle. Trassler hat die Fähigkeit, die Emotionen von Menschen wahrzunehmen. Wenn sein Trainer gute Laune hat, ist dieses Pokémon ebenfalls fröhlich. Das ist doch schön. Hm. Möchte ich dir einen Spitznamen geben? Nein. Du kriegst keinen Spitznamen. Schon wieder eins. Ich möchte eigentlich weitergehen. Aber das ist so verlockend. Ja, es haut ab. Dafür haben wir ein Pfiff hier schon wieder. Pfiff hier. Pfiff hier. Pfiff hier. Pfiff hier. So, erstmal flüchten. Schüssikowski. Und jetzt werden wir uns mal schnell von... Mann, lasst mich doch in Ruhe. Ich möchte jetzt hier weiter. Jetzt gehen wir erstmal in die Stadt, lassen unsere Pokémon heilen. Blütenburg City. Dann werden wir im nächsten Part hier die Stadt erkunden. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Und ich heile deine Pokémon. Ich werde nichts dafür verlangen. So, alle geheilt. Da bin ich sehr glücklich und zufrieden. Und dann werden wir uns jetzt genau in der Stadt vor diesem Tor... Yeah, werden wir uns platzieren. Und... Im nächsten Part werden wir die Stadt erkunden. Mal gucken, was wir so alles finden werden. Und in dem Sinne, kurz, knapp. Arrivederci, meine kleinen Makaronis. Und wir sehen uns morgen im nächsten Part wieder. Tudeloo.